Ja, liebe Freunde, ihr seid, ihr müsst mal kurz so hinschieben, dass möglichst nah an der Kamera ist. Jawohl. Liebe Freunde, das ist total großartig. Ich bin jetzt doch relativ begeistert, nachdem ich die letzten 1-2 Wochen ein bisschen ernüchtert war, weil die Geschwindigkeit der Spenden ein bisschen abgenommen hat, aber jetzt so langsam kommt die Zielgerade und wir haben immer noch über 20 Tage Zeit, das heißt, die letzten 500 Euro sind jetzt noch zu schaffen. Ich habe gestern den zweiten offiziellen Großsponsor begrüßen dürfen und ja, wenn jetzt sich noch jemand finden würde als dritte Großsponsor, dann wäre die Sache so gut wie fertig, dann würde nur noch 30 Euro fehlen. Ansonsten helfen auch noch viele kleine Sponsoren oder mittlere Sponsoren. Scheut euch nicht, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wenn jetzt keiner mehr was macht, wird es auch nichts mehr mit dem Buch. Deswegen spendet weiter, dass wir die 7.500 Euro vollkriegen und dann wird es eine tolle Sache geben. Ich habe rein hobbymäßig ein bisschen angefangen schon, habe so das erste Kapitel ein bisschen angefangen zu schreiben und muss dann nochmal gucken und so. Also ich habe schon richtig Bock drauf und mache mir schon tausend Gedanken, wie wir es aufbauen können und so weiter. Also ich bin auf einem guten Weg und ich würde mich total freuen, wenn wir das noch hinkriegen würden. Und deswegen spend on und dann geht es weiter. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.